Liebe Aviation Nerds, es ist wahrscheinlich für Weihnachten zu spät, aber wir zeigen sie euch trotzdem. Die Tassen, die es gibt, hier das Cockpit, der Anflug auf Frankfurt, die schicke Premiumtasse, mehrfarbig, der Klassiker, Doppel-Logo, wie wir sie nennen, oder das alte klassische Cockpit, ja, fünf Tassen. Es gibt einen kleinen Shop, die Adresse seht ihr jetzt hier eingeblendet, irgendwo, und ansonsten auch in der Beschreibung. Wir haben einen kleinen Lagerbestand, also wer Glück hat, kriegt noch vor Weihnachten eine Tasse und ansonsten lassen wir demnächst nachproduzieren, wer also eine haben will oder wer selbst mit so einem wunderschönen Becher morgens am Kaffee sitzen möchte, mit einem Original-Airbus-Cockpit, ja, und natürlich auch bekannt aus dem Bordkino, die Oscar-Tricks unseres berühmten Zauberkünstlers. Ja, bitte bestellen, bitte bestellen, denn irgendwie muss ja Willi seine Segelflug-Lizenz finanzieren. Allen froh Weihnachten und bleibt gesund.